runter und nein mein ist bezackert ich habe hier noch den crafting table müssen nicht mehr hochlaufen auch wie geil ah ich liebe dich thank you also ich hab einmal tin ohr copper ohr und eisenerz wie alt warst du noch mal wo ist ich hab das schon wieder vergessen viel zu alt eine zwei und eine drei und wenn man das verbindet hat man mein alter 32 aber der war gut ich mache nicht was du bist du cool rather mit und die ist ein bisschen still ich sage nur lukantra ja das kann drei still ist das ist ja keine hexerei gottes rein gott hat sie selig hast du jetzt in das da unten geräumt ach so ich habe da noch überhaupt nicht aufgeräumt die gar schwör ich will also auf alles ich hab da nicht nur und jungs wohin geräumt so stehst du was meinen unseren weil es das auch der so wie dem anderen haus noch der ist im anderen haus die cost des lager ist noch nicht fertig reichen finde ich schon ich weiß gar nicht so viele diamanten transport zusammenkriegen jetzt verstehe ich das nicht die filter auch nicht ja gut aber du kannst ja ein filter so benutzen wenn du die kisten anbringst dass du mit einer schon vier kisten befüllen kannst ich habe wie viele diamanten bohr man denn für ein zwei kriegst du acht pipes raus okay zwischendurch müssen wir auch mal über ticket sachen reden das tut uns leid ja wir haben doch gar nichts gesagt wir frauen verstehen davon sowieso nichts ja nur falls euch das nicht aufgefallen ist ich finde dadurch dass wir ticket spielen reden wir alle über ganz viele andere sachen und auch irgendwie nicht miteinander sondern nur über irgendwas ja das ist halt wir müssen wieder mehr zusammen reden hast du schon recht wie mir so auf letztes mal schon dachte so ja du hast recht ja nur das ist halt wahrscheinlich müsste ich mich auch mal ein bisschen noch mehr mit dem mod beschäftigen damit wir wirklich was zusammen machen richtig zusammen und nicht nur ihr baut das technische und wir bauen das haus ist auch blöd weil dann haben wir immer zwei gespräche irgendwie richtig ja das ist richtig oder wir reden über ganz andere sachen die gar nichts mit den mod zu tun haben und wie zum beispiel gerade das neue die neuen nur in ägypten was fällt einem besseres ein wenn man nichts zu reden hat als die neuen unruhen in ägypten was habe ich da gefunden hallo politische themen vielleicht können wir mal unserem bildungsauftrag nachkommen bildungsauftrag ja ich glaube ich habe die jammer gefunden aus ägypten habe ich leider verschlafen das tut mir leid was gibt es denn da neues der neue präsident der da jetzt alle verarschen wollte und einfach mal wieder zum regimenführer aufgeschwungen hat und ich bin ganz ehrlich und sage ich leider nicht so viel davon mitbekommen ja das kam auch heute erst aktuell den nachrichten also heute am 28 11 2012 ach so ja da für die aufnahme relevant ich meine da hat ägypten gerade den einen äh ne gestürzt genau wie stürzt dann kommt der nächste und sagt haha aber ich ja irgendwie nicht gut ja ich bin gespannt ihr wollt ihr mich verarschen wieso sind die rezepte denn nicht so wie ich die eigentlich im kopf habe warum kommt hier gerade denn bitte keine und ich glaube die sind unten wo ich ja das sieht zumindest sehr nach unten aus da ist obsidian oder so nein das ist eh nicht obsidian obsidian das haus ist der rock oder ja genau der einstein entstand der einstein entstand alles muss versteckt sein äh egal ich wundere dass wir hier noch nicht auf lava gestoßen sind normalerweise jetzt wird's dann nicht immer bei lava ist er doch froh dass hier keine lava ist ey für jetzt schwörst doch nicht ist der lava 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 oh ja oh ich krieg auch schmerzen wo ist verschreckt ich schmeiß meine ganzen sachen hier raus ich hab uranium gefunden uranium irgendwann irgendwann bei euch auch ein atomkraftwerk ein sicheres aber dafür braucht man verdammt viel material ich habe mir überlegt ob ich ein tutorial mache für ein sehr sicheres und überhaupt nicht kaputtbares saturnkraftwerk das könntest du dann mal posten für die leute in japan nein das war gemein das war sehr sehr gemein war sehr gefühllos ich glaube was ich gerade bauen wollte geht leider nur im technikmod und der ist glaube ich nur im singleplayer was wird zum bahn na eine automatische baumfarm fürchte aber das geht nur im das weiß ich nicht das weiß ich nicht farmland interessant ich baue dir ein haus aus uranium irgendwie irgendwo irgendwann was für ein zweck war ja unsere sportfrau kam heute rein und sagte es ist ja einer schwanger also und ich so. Ja? Man hört sich nicht mehr. Schade. Nochmal, die Putzfrau kam rein und sagte, ist da jemand schwanger? Ja, ja, die Putzfrau. Ja, sie war heute in der Röhre und musste da... Ja, im... Ich hab keine eigene Putzfrau. Könnte sein. Nein, die meinte so, ich bin verstrahlt, sowieso. So, ja, ich war doch in dieser Röhre und muss strahlte Zeug trinken, damit ich gescannt werden kann. Nein. Nein, hier ist keiner schwanger. Ist hier jemand schwanger? Oh, was ist das blaue Zeug hier? Was denn? Oh, ich weiß nicht. Ich baue es ab und guck nach. Ich kann nicht. Ich hab ne beschissene Hacke. Aber was ist das denn? Keine Ahnung. Es ist so irgendwie Türkis. Echt ist das? Türkis-Luli. 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 Ja, wer weiß das? Ich weiß nicht. Wo ist denn der Crafting-Gabel? Hast du den wieder mitgenommen? Äh, ja, hier. What the fuck, Morgana? Oh Gott, brother. Du hast meine Lagerhalle gesprengt. Wieso war denn die Tür auf? Weil du es nicht zugemacht hast. Warum liegt denn hier Stroh? Ich weiß auch nicht. Komm, lass uns explodieren. Haha, witzig. Oh ja, ist ja gefährlich. Ich hab dir vier Bricks da rausgehauen. Du hast mir eine Lagerhalle gesprengt. Ja, weil Bricks stabil sind. Ja, ich hab mich grad gewundert. Ich dachte, der war hinter mir irgendwo. Und dann seh ich oben, wie meine Lagerhalle explodiert. Es ist Nikolite or Nikoli. Das ist gut, bring mit. Ich hab keine Hacke. Ich mach jetzt ne Hacke. Ich hab hier Eisenloch dabei. Ich kann ja wieder aufstellen. What the fuck? Gäts gut? Ja, dann können wir auch. Ich hab auch noch Iron-Arm. Ich seh schon, wir verbringen die ganze Folge hier unter Tage, Wois und ich. Frauen, Bergfrauen, Bergfrauen. Die bauen ich nicht, wir sind gespannt. Ich verbrauch mal die ganze Zeit hier im Inventar, um zu gucken, wo das scheiß Ding ist, das ich bauen wollte. Aber ich glaub, ich kann es nicht bauen. Mit Zopfgummis, mit Zopfgummis, denn Knüpfen ist gesund. Im Inventar. Kannst du ja ruhig noch drin. Wenn du voll bist. Die Blumen müssen hier mal alle raus. Ich glaub, es gibt's einfach in dem Mod nicht, verdammt. Wieso gibt's das denn hier nicht? Das ist doch scheiße. Kannst du ja mit Butter bauen. Ich will keine Turtle-Born. Ich will keine Turtle-Born. Weil es Turtle. Weil es meinen Turtle. Es gibt auch ein Shopping Turtle oder so. Meine drei pack ich auch mal dazu. Ich wollte auch was ganz anderes bauen. Sehr gut. Ich hab auch noch welche hier. Kohle. Kohle, 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 Kohle. Oh, das Text ist so geil. Neben dem Furnace steht Shoppinglist. Wood Plank, Lock, Coal, Lava Bucket. Wood, chack, 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 Ja, genau. What would a woodchuck do when a woodchuck would do? Hast du noch Hei? Nein. Ja, wie viel willst du? Eins. Ja, zwei Bretter reichen. Ach so, warte. Ähm, 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 fallen lassen. Cool. Dankeschön. Cool. Cool. Achievement get acquire hardware. Oh, ja. Alles klar. I made hardware. Oh, ja. So richtig harte Sachen. So richtig hartes Zeug. Das reicht noch. Das reicht nicht. Was reicht nicht? Ich kann das damit nicht abbauen mit der Eisnakel. Das reicht nicht. Das reicht gerade nicht. So, ich nehme jetzt einfach was zum... Ich glaube, es reicht gerade nicht. Nein, es reicht nicht. Nee, was soll ich tun? Es reicht. Es reicht. Was willst du denn noch sagen? Entschuldigung. Moment, warte. Kann ja sein, dass ich jetzt wieder... Supergirls bin. Ja. Oh, doch. Ah, bin ich wieder. Ach, du. Das ist nicht, was ich bauen wollte. Es ist schade, aber ich kann es nicht bauen. Oh, wie schade. Oh, wie schade. Oh, wie schade. Oh, wie schade. Dann werde ich das, was ich bauen wollte, im Singleplayer bei mir bauen. Vielleicht geht das ja da. Ach so, geht das jetzt nicht? Hast du deinen Singleplayer noch am Laufen? Ja, ja, mein Singleplayer läuft noch. So, jetzt habe ich es doch abgebaut. Haha. Mit Facecam. Mit Facecam? Echt? Mit Facecam? Boah, krass. Mit Feinstein. Cool. Jetzt muss ich auch gerade was suchen hier. Mein Unterleid. Deswegen bewege ich mich nicht so viel. Was musst du suchen? Dein Unterleid? Mein Unterleid, ja. Mach uns hier mal ein bisschen schön, Boys. Ja. Brauchen wir eigentlich ein Redstone? Kann sein. Ich habe den jetzt einfach abgebaut. Ja, warum nicht? So. Ja, warum denn eigentlich nicht? So, ich mache uns hier mal schön bei uns, damit es hier auch hübsch aussieht. Ne? Mit Blümchen. Hopp, ja. Ab da. Das ist gut. Jetzt fühle ich mich heimisch. Boah. Ihr werdet gerade laut und leise. Ja, die wechselt immer. Ihr müsst mal gucken, dass ihr eine feste Position vor eurem Rechner eintritt. Diese Position dann nicht mehr verlasst, sondern in dieser Position verharrt und in ewig gleich bleibender Direktion in euer Mikrofon Empfangsgerät, in die Lautstärke Voice Übertragung Empfangsgerät hineinsprecht. Werchen Mann würde ich sagen, du glaubst gar nicht wie hart ich bin, dann würde der Witz funktionieren. Aber jetzt so funktioniert das natürlich nicht. Bitte kein Lava, bitte kein Lava, danke. Der würde, der, nein. Du bist mal ganz still mit deinem Gemächt, ja? Ja, also ich wäre ja... Ich wäre ja... Ja, und die Betonung liegt dabei auf Macht, ja. Okay. Gemacht? Gemach, Gemach, mein lieber Freund. Gemächt kommt von Macht, so. Oh ja, bestimmt. Das hättest du wohl gerne. Hallo? Ich hab den Schlagholz gefunden. Gemächt kommt von... Oh Gott. Nein. Du hast damit angefangen, weh. Ja, ich weiß, ich weiß. Du schwingst nicht dazu. Ich muss eben was zuerst holen irgendwie. Viel geht jagen. Ich hab, ich hab äh... Geh nicht hoch, ich hab Fleisch. Ich hab Fleisch. War cool. Waren hier nicht irgendwo mal... Ich brutzel ein Rind für uns. Seid ihr eigentlich schon wieder in der Heimat? Oder seid ihr immer noch irgendwo? Wir sind jetzt unter Tage und Buddeln hier. Weil's uns hier so gut gefällt. Ja. Achso, weil wir euch nämlich nicht gesagt haben, wann's wieder hell wurde. Macht nichts. Sind hier irgendwo Diamant-Voici? Hier, ich hatte doch hier von dir Diamanten. Ich hab... Ich hab sie schon abgebaut. Und ich wundere mich. Guckst du Glitzer, Glitzer. Aha, Glitzer, Glitzer. Ah, okay. Glitzer, Glitzer. So. Hier. Hast du gemacht? Hier. Na, na, na. Na, na, na. Essen. Ich kann nichts aufnehmen, weil ich bin voll. Also. Voll wie ein Hause. Hier musst du auf jeden Fall eine Wand ziehen. Ich nehm die mal. Oh, die ist ja fast kaputt. Was kann man denn von Wert? Das haben wir. Das hat einigermaßen Wert. Das reicht nicht. Ich bin trotzdem gleich tot. Ähm. Im Ofen ist noch zwei Stück. Das würde... Das dürfte reicht nicht. Stimmt, das reicht nicht. Hast du gerade gesagt. Ja. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Und ich so. Ah, das ist ja Meta. What the fuck are you doing here? Ich brauche voll. Verdammt. Also ich tu noch meinen Schnellbein. Voll. The ever, ever, ever. The ever, ever, ever. The ever, 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 ever. The ever, ever, ever. F, F, F. Mir hat's was gefunden. Was ist das? Aua. 2x4. 2x4. Das ist Nikolight. Doch. Ever, ever. Nikolight, 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 Nikolight. Gravel. Was hast du? Ah, Gravel. Aua. Ein bisschen Gravel. Das ist ganz fein. Dann kann ich damit. Ich höre ein Ur. Ich höre ein Ur. Ich höre ein Ur. Gib mir ein Ur. Gib mir ein Ur. Gib mir ein Ur. Gib mir ein Ur. Was macht das? Äh, Rio. Alles klar. Ja. Ja, ja, ja. Alles cool. Oh, da ist ja ein Ur. Everything is okay. Was ist hier? Everything is okay. Everything is okay and all right. Ich dachte gerade, du hast gesagt, da ist ein Enderman hier unten, Alter. Nein, da ist noch mehr. Da ist ein Enderman, was? Was? What? What the hell are you talking about? Whatever. Ich höre mich immer doppelt. Hallo, Rio. Die finden so viel Zeug, das ist ja gruselig. Ich kann mich selbst grüßen. Ich höre es. Hallo, Rio. So. Ja, das ist so komisch, weil das haben wir schon versucht bei Voice wegzukriegen. Sie hat dann ihr Mikro dann irgendwie so krass eingestellt, dass sie so leise ist. Aber wenn man dann selber was Lautes sagt, ist man auf einmal mega laut und man hört sich selber. Krass. Wir haben das Mikro schon zweimal umgestellt bei ihr auf dem Schreibtisch. Also sie mit meiner Anweisung haben irgendwie... Mit meinem Anwalt. Mit meinem Anwalt haben wir das gemacht, ja. What the f? Weil mein Anwalt dachte so... Naja. So. Fuck. 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 Mach uns mal ne Truhe, ne? Ja, Optimus Voice ist wieder da. Das ist gut. Ja, ich glaub mein Bruder downloadet wieder irgendwas. Optimus, äh, äh. Optimus Voice vom Planeten Not-So-Prime. Und sie gehört zu den Minecraft-Cons. Minecraft-Cons sind wieder da. Zu den Necticons. Oh mein Gott. Oh nein. Was, die Connecticons? Die Connecticons? Ja, ja genau, die Connecticons. Die Connecticons. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Oder so. Lol, ein Cook Chicken hat einen EMC-Wert von 64. Ein Chicken? Ja, ein Cook Chicken. Oh das ist Chicken, Chicken Chicken. Chicken Chicken Chicken. Die... Die... Die...